Ja, genau das hier. Schimpfenergie, genau wie sich das gehört. So, jetzt müssen wir schon wieder ein Stück weiter. Ich nehm schon wieder grad echt ne halbe Stunde auf. Das ist total krank, wie schnell das beim Aufnehmen die Zeit vergeht. Ja, das ist es. Das ist einfach nur krank, wie schnell das vergeht bei der Aufnahme. Naja, muss man denn mal so sehen, ähm... Pro Aufnahme so, wenn es eine Stunde ist, das sind vier Parts. Im Durchschnitt. Ja, muss ich entfernen. Jetzt kommen diese Elektrobälle hier. Und, tschüss. Oh, ne. Kommt, nein, 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 nein. Oh, ich hoffe, ich null Bock. Ich will ja... Finde ich noch eine? Naja, da nehm ich. Um so besser. Ja, nicht ihr. Nicht ihr, ich brauche euch ... NULL LOS! So, Schrotfinde. Da. So, wo ist denn der andere noch? Okay. So, schauen wir uns mal hier rum. Ach, da ist sowas wunderbar. Hä? Ist klar? Warum? Das ist doch unfair. Was ist denn das für ein Dreck? Hey. Vielleicht mal ich höre. Ich höre Combo an. Ah, ich nehme jetzt das hier. So, Scheiß. Komm, beiden Soldaten. Ich sicher den Raum mal. Vielleicht sind hier noch welche. Ich höre mit. 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 Und weiter geht's. Oh, Scheiße. Ich höre mit. Hm. Klar. Ich höre mit. Ich höre mit. Hm. Klar. Ich höre mit. Das geht dann nicht, so komme ich dann nicht weg. Ach ja, komm, ich will es schaffen. So, hier können wir nicht mehr weiter, hier müssen wir jetzt zu Fuß. Aber ich will meine Ambrust schon bekommen? Das wüsste ich eigentlich in dem Spiel. Ich kenn das Spiel ja, komplett. Aber ich hole den auch so runter. Ja, sag ich doch. Oh, nein, 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 nein. Oh, komm, ja, du Scheiße, komm, mein Bein. Danke, noch eine? Scheiße, Mann. So, nochmal, weil es so schön war. Ja, Freeman ist das Ziel, das bin ich. Alter, Vater! Hm, danke. Das ist ein Dreck. Kontakt bestätigt, schreit ein. Wann ist das jetzt mal anders? Ja, sieht wohl so aus. Was gibt's denn hier noch? Ne, hier ist nix mehr. Und hier? Ne, auch nicht. Aber, ich schau mich noch mal ein wenig mehr um. Ja. Da drinnen ist nämlich ein Geheimnis. Und da kann man nämlich rein. Da brauche ich jetzt nur mein Gravitronen. Genau. Ja, hier kann man nämlich auch ein Geheimnis finden. Das sieht ja interessant aus. Das sieht nur aus wie... Weiß nicht, irgendwie so ein Schaf? Nee, das sind die Kommenweilen, die so gebaut wurden. Das sind glaube ich... Na, Ebenbilder davon. Krass. Interessantes Easter Egg. Äh, ja. So, es ist nur zu frohs weiter. Leider wird es. Ach, ist das herrlich. Oh, noch zu frohs, ey. Na, das wird ein langer Marsch. Aber ich nehme mal die hier. Ach. Ich hätte keine Scheiße gegeben. welche Eiermachtsgegen sind. Okay. Ach, sie Worte. Also, ist es nicht gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 20 Minuten später noch eine Hörungsweite auf. Wenn eine Stunde reicht. Müsste es ja nicht so übertreiben. Und dann wäre ja so... Ich hab so so auch Kopfschmerzen und darum nehme ich da heute mal ein bisschen Rücksicht drauf. Was das Zocker-Verhältnis angeht. Ab und zu mal muss man auch ein bisschen einstecken und auch mal entspannen können. Das ist ja schon fast das Ende dieses Kapitels. Es ist jetzt nur noch diese komische Brücke da machen und mehr ist es gar nicht. Ist da noch irgendjemand hier? Nee, das sieht mir aus wie so ein Vernehmungsstuhl. Naja. Nee, hier ist nix. Aber hier. Ja, ich hab's schon gesehen. Ja, genau das wusste ich. Ja, genau das wusste ich. Hallo, weil ich hier so ein Spinnviech war. Ich wusste, dass hier noch ein Versteck ist. Hm. Mann, hab ich ein gutes Gedächtnis. Immer noch. Nach wirklich zwölf Jahren, ey, weiß ich echt noch, wie das Spiel ausfindet. Total krass. Und auch echt krank. Ja. 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 Ja.